Das ist jetzt ein Paket Star-Kits von Feistl Feuerwerk aus den 90ern. F1 Fontäne, Importeur, da kann man es sehen, Piepenbrook Pyrotechnik in, was steht da, Grölheim? Grölheim? Weiß nicht, kann ich nicht lesen. Telefonnummer auch noch da. Kann man ja mal anrufen. So sehen die im Einzelnen grob aus. Zehn Stück. Die Bremdauer ist noch nicht schwer, ne? Ja, die sind gar kein Vergleich. Musik. 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 Ja, danke.